Scheiße, Alter, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Weil die ersten Runden zählen halt einfach so viel, Mann. Die ersten Runden sind die wichtigsten von allen. Er holt mich, Alter. Er holt mich, der Fingst! Ich bin Platz 19 at the moment. Nice! Geil! Let's go! Platz 19 ist perfekt. Wenn ich jetzt einen Fulljuice-Typen töte und der seine Magazine im Container hat, dann rast ich komplett aus, Alter. Für einen Neuzugang die Regeln erklären. Leute, drei Stunden lang auf Factory töten mit einem nagelneuen Account. Wer am Ende die meisten Kills hat, hat er gewonnen. Ach, Dicker. Er rennt weg, Mann. Was für eine Pussy, Alter. Will er schon gegen die Streamer fighten, Mann. Und dann rennt er weg, Alter. Ich krieg die Krise. Er stirbt nicht. Ich hab ihm so safe ins Gesicht geschossen. Ja! Ja! Mosin. Mosin ist ultra-strong, Mann. Meier mutiert zu Hunter Meier. Oh shit, Brodi. Aber wir sind noch nicht quitt anscheinend. Jetzt sind wir quitt. Oh shit. Jetzt ist irgendwo der Typ mit dem blauen Laser, Mann. Ich denke, der muss so früh aufstehen und kacken. Penis-Helm, Boys. Penis-Helm. Jetzt müssen wir wirklich... Jetzt müssen wir wirklich Progress machen. Wie lebt man hier schon? Wow. Ragazzi. Perfetto. Perfetto, würde Skui jetzt sagen. Meine, meine Freundin des Skui. Würde ich jetzt sagen, perfetto. So wie Hawaii mit Oliven. Skui, liebe Gebraus. Ich liebe dich. Das war eine wichtige Runde, Alter. Wichtige Runde. Ich sie weggelasert, dem Boy. Jetzt so eine Dreier-Hedgling-Bahn, der wäre geil, Alter. Die keine Ahnung, was irgendwas machen wollten. Die wollten zu dritt als Hedgling schön Office looten. Das war ihr Plan und die laufen mir jetzt direkt in die Arme. Alter, wäre das geil. Welche Brustmuskeln? Weißt du, die Titten kommen von einem Fett oder was? Das sind pure Muskeln. Siehst du? Da bewegt sich gar nichts. Nix bewegt sich da. Oh. Wer ist bei mir im Discord? Mein Cutter und J-Calm. Also ein Mod als Cutter. Der Bio-Mox. Keine Ahnung, wie es sich da Bio-Mox nennt und nicht Bio-Mox. Der alte Öko. Irgendwas mit Bioshock, glaube ich. Hat er mir mal erzählt. Das war mit Bioshock, ja. Ja, siehst du, hab ich nicht zugehört, bin schlecht dazu. Er wollte mich alle als Hipster-Öko abstimmen. Ja, ne, bist du auch, Alter. Was? Ja, jedes Mal, wenn wir uns treffen, Alter, hast du eine neue Jute-Tasche, so, weißt du? Ah, die hab ich selber gestrickt, Mann. Ich war extra auf dem Feld und hab mir Grasheime geklaut, Alter. Dann hab ich die Tasche draus gemacht. Schau mich an. Nice, Alter. Uh. Macht er immer so. Das macht er immer. Ja, na. Jetzt muss ich mir LPS kaufen, Alter. Diese Bonzen-Money. Ich bin kein Hipster. Wie er lügt im Chat, Alter. What the fuck, Alter. Dann tut er immer so, als wäre er irgendwie glutenunverträglich oder so'n Scheiß. Aber dabei will er einfach nur, äh, nicht den Hipster-Stempel. Und zu Hause dann wieder schön Tofu, Alter. Du bist so ein Arschloch. Fuck, Alter. Zu viele, Mann. Alle vier. Alle vier Spieler um mich rum. Fuck, fuck, fuck. Fuck, Alter. Ja, natürlich direkt wieder Full-Juice, Alter. Halt doch dein Maul, Mann. Outsider. Out hier hat Full-Juice. Dieser fucking Mother-Trucker, Alter. Neunter bist du zur Zeit. Oh, fuck, mein Leif, Alter. Sag's mal. Fucking Neunter, Mann. Wieso nicht mehr Achter, Mann? War ich so rein scheiß die ganze Zeit. Toll. Ja, komm, für den achten brauchst du nur einen Kill. Einen Kill? Toll, und den soll ich jetzt mit Luger machen, oder was? Aber die RPX ist sick gemordet. Also das, aber ich habe halt keine Rüstung. Okay, vielleicht ist am Ende des Tages doch Luger die beste Munition, die es jemals gab in diesem Spiel. Ja, Mann, Luger ist die beste Munition, die es gab in diesem Drecksspiel, Mann. Also keine Ahnung, wenn ich Luger spiele, der hat er echt verschissen, Mann. Plus eins. Wo sie jetzt raus, oder was? Ah, bin down. Passt schon, passt schon, bin down. Ah, fuck, da kam noch einer. Egal, plus eins haben wir noch gemacht in den letzten Wochen. Also wenn wir uns jetzt nicht verzählt haben, sind wir bei 45 Kills und damit Platz 9. Platz 9. Aber du musst mir jetzt sowieso noch die Stats zeigen. Ja, Mann. 46 PMC-Skills. Alles klar, 46. Was, wir haben 47% Survival Rate? Holy shit, Mann, ich bin fucking Maschine. Online, 54 Minuten. Siehst du, ich habe nur 54 Minuten gespielt, oder? Und habe 46 Kills gemacht. Aber GGs, Leute. Mega vielen Dank fürs Dabeisein, Mann. Wer es dir nicht getan hat, lass gerne einen Follow da. Wow, jetzt sitzt der einfach. What the fuck, dude? Hm, 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 hm. So oder so ähnlich. Ähm. Ist er schon tot? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe einfach geschossen. Er habe ihn nicht mehr gesehen. Er will irgendwo... Äh, hm. Gut, dann können wir raus, wa? Müssen wir jetzt eigentlich alle getötet haben. Dürfte keiner mehr leben hier drauf. Auf den Bums. Auf den Bums. Hat es auch keiner mehr gehört. Wie alle Factory spielen? Ja. Muss ich auch erstmal um... Du musst mit der Map wieder eins werden erstmal, weißt du? Taylor Swift 13 4008. Alle getötet. Alle getötet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017